Herzlich Willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal Henn96. Ja, ein neues Video, eine neue Niederlage, beziehungsweise 96 hat ein gutes Spiel abgeliefert. Das habe ich ja schon lange nicht mehr erwähnt, beziehungsweise einige Wochen nicht mehr. Aber hat dennoch 2-2-1 auf Schalke verloren gegen eine wirklich starke Mannschaft aus Gelsenkirchen, die mit einer Fünferkette, meine ich, gespielt hatten, ich schaue kurz mal, nee, eine Viererkette, Entschuldigung, mit einem 4-4-2 gespielt haben, 96 hat etwas defensiver agiert mit einer Fünferkette. Und im Sturm mit Cedric Teuchert und Hendrik Weidand. Am Anfang, die ersten 5 Minuten, war Schalke deutlich besser, dann hatte 96 auch einige Chancen, muss man sagen, auch einige gute Konter, teilweise nicht bis zum Ende gespielt, aber auch gute Chancen durchaus. Durch Kerk hatte man nicht einen sehr starken Schuss, so wie ich mich erinnere. Dann fiel irgendwann das 1-0, genauer gesagt kurz vor der Halbzeit, in der 43. Minute. Das war einfach ein unglaublich schlecht verteidigter Standard. Das war, Ondua schlägt den Ball halb raus, aber auch nur so 5 Meter, im eigenen 16er, dann kullert der Ball da so ein bisschen rum. Und dann steht am Ende die Takora da und hau ich ihn dann rein, ziehe da chancenlos. Also das muss man besser klären, unabhängig davon, ob es eine Ecke war. Ich bin mir nicht sicher, ob Zieler da noch dran war. Ich glaube, das war noch nicht mal eine Ecke, aber der Videoassistent kann ja nicht eingreifen bei Ecken. Da müsste man grundsätzlich mal drüber reden, wann darf er es, wann nicht. Bei Ecken anscheinend nicht. Das war natürlich sehr ungünstig vor der Pause. Dann kam 96 aus der Pause raus, nämlich gut. Wirklich ein sehr starkes Tor durch Cedric Teuchert in der 50. Spielminute. Ein gut eingeleiteter Steckpass. Dann erst abgewährt, hat sich Teuchert etwas verdribbelt. Dann abgelegt, glaube ich, auf Moroja, der dann zurückgespielt hat auf Teuchert. Und mit einem richtig tollen Schuss, so halb aus der Drehung. Ich weiß nicht, ob es genau aus der Drehung war. Auf jeden Fall ein richtig starker Schuss. Einen Sonntagsschuss von Teuchert, sehr gut. Ne, Aux hat es vorbereitet, Entschuldigung, nicht Moroja. Aber Moroja hat auch ein durchaus ordentliches Spiel gemacht. Und anstatt, dass 96 mal eine halbe Stunde das unentschieden halten kann. Nein, drei Minuten später muss natürlich Rodrigo Salazar auch ein schönes Tor schießen. Rechts hat er sich durchgetankt, beziehungsweise Vorbereitung vom Rechtsverteidiger Lode. Und dann fast alleine vor Zieler. Man denkt, war ein spitzer Winkel, aber der haut den da unter die Maschen. Man konnte Zieler auch nichts machen. Aber trotzdem ist es keine Begründung, warum der Salazar auf einmal so frei steht, wo die Innenverteidigung einfach nichts macht. Die bleibt einfach in der Mitte stehen und hilft nicht. Grätscher nicht dazwischen. Das war einfach nichts. Nicht gut verteidigt von 96, genauso wie beim ersten Gegentor. Dann war Schalke die deutlich bessere Mannschaft, ohne wenn und aber. 96 hatte nicht so viel Ballbesitz und auch nicht so viele Chancen aufs Tor. Ich schaue eben mal gerade, wie viel Ballbesitz 96 im Allgemeinen hatte. Das war auf jeden Fall deutlich weniger als Schalke, so wie ich mich erinnere. Obwohl, nee, nee, ich habe Unsinn erzählt, Entschuldigung. 53 zu 47 Prozent Ballbesitz, aber in der zweiten Halbzeit, so meinte ich das, dass 96 da weniger Ballbesitz und weniger Spielanteile hatte, beziehungsweise im letzten Dritten des Spielfeldes beim Schalke-Tor. Und Schalke hat dann insgesamt doch ein besseres Spiel gemacht, muss man sagen, wo 96 auch ein ordentliches Spiel gemacht hat. Es ist einfach bitter, wenn 96 sich für den Aufwand wieder nicht belohnen kann. Ich weiß, das ist eine Floskel, aber das stimmt einfach wieder. Das ist einfach, wenn man da unten drin ist, wie bei 96 auf dem 14. Platz ist, schlimmstenfalls Ende des Spieltales auf dem 15. Schlechtestenfalls gewinnt Dresden morgen, meine ich, das Spiel noch. Ich schaue mal kurz, gegen wen Dresden spielt. Die spielen morgen gegen Nürnberg, okay, das werden sie wahrscheinlich verlieren, aber man weiß es ja nie. Sintausend hat parallel zum Glück auch verloren, aber Rostock hat gewonnen, das ist auch nicht gut. 96 ist Punkt, immer noch punktgleich mit Holstein-Kiel auf dem 13. beziehungsweise Hannover auf dem 14. Platz, das schlechtere Torverhältnis. Jetzt erstmal die Inlandspielpause, müssen sie schauen, ob sie doch noch ein anderes Spielsystem entwickeln, weil so kann es ja im Prinzip nicht weitergehen. Die haben die letzten Spiele gespielt, teilweise richtig schwach, wie gegen Nürnberg letzte Woche oder gegen Sandhausen oder Leipzig. Heute war es wieder eine Leistungssteigerung, aber wir müssen es ja von den Punkten her sehen. Das war das dritte Zweitligaspiel in Folge, null Punkte, drei Niederlagen in Folge. Wenn man Leipzig dazu nimmt, die vierte, das muss deutlich besser werden. Jetzt Länderspielpause kommt vielleicht zur rechten Zeit, vielleicht kommt es auch zur falschen nach der guten Leistung, durchaus ordentlichen Leistungen gegen Schalke. Ich tue mich da mal ein bisschen schwer zwischen gut und ordentlich, weil einerseits haben sie gar nicht schlecht gespielt, andererseits haben sie jetzt auch nicht überragend gespielt und andererseits haben sie auch verloren. Also wir wären natürlich ein 1-0-Sieg für 96 deutlich lieber als ein ordentliches Auswärtsspiel. Aber man kann der Mannschaft gar nicht so viel vorwerfen. Einen Spieler möchte ich noch herausheben, das war Ron Rubazila. Der hat wirklich ein herausragendes Spiel gemacht, also wirklich ein richtig tolles Spiel gemacht. Hat noch einige klare Chancen vereitert. Gegen Drexler fällt mir gerade eine Chance ein und noch einige Chancen mehr, wo er wirklich stark dabei ist und wie im Hinspiel praktisch das Spiel lange Zeit offen hält. Naja, insgesamt haben wir es leider verloren. Schreibt eurem Link dazu in die Kommentare, bis dann in zwei Wochen geht es gegen Regensburg. Da müssen wir auf jeden Fall gewinnen. Das ist ein Pflichtsieg aus meiner Meinung nach gegen Regensburg, die in der Rückrunde auch noch nicht viel gerissen haben. Bis dann, schönes Wochenende und ciao!